Ein ganz normales Bild, wie Lukas, Oliver und Jonas zur Schule gehen. Wenn ihr Freund Felix am Unterricht teilnehmen möchte, heißt es desinfizieren. Mundschutz ist Pflicht. Erst dann darf der Laptop aufgebaut und eingeschaltet werden. Seit Mitte Mai ist der Achtjährige im Einzelzimmer und eben nicht mehr mit seinen Freunden herumgesprungen. Es fehlt ihm richtig. Umso größer ist jetzt die Wiedersehensfreude. Über den Laptop im Klassenzimmer sind sie per Internet miteinander verbunden. Guten Morgen Felix! Hey Felix! So Felix, wir haben mitbekommen, dass du gestern Geburtstag hattest. Stimmt das? Ja. Also und weil du Geburtstag hattest, wollen wir dir jetzt natürlich auch ein Geburtstagslied singen. Happy Birthday, lieber Felix! Happy Birthday to you! Möglich gemacht hat das der Verein Große Hilfe für kleine Helden, den Ralf Klenk gegründet hat. Damit ist gewährleistet, dass Kontakt zu Freunden und natürlich auch zur Schule gehalten werden kann. Und im Gegenzug hilft es aber auch den gesunden Kindern, eine hohe Sozialkompetenz zu entwickeln, eben mit dem kranken Freunden. Felix, was ist 6 geteilt durch 2? Toll! Warst du aufgeregt, dass das heute losgeht mit dem Klassenzimmer? Ja, wir auch total. Grundschulrektorin Tanja Villinge war sofort bereit zu dem Versuch. Uns geht es nicht um die Vermittlung des Schulstoffs, das machen die Kinderkliniken selber brillant vor Ort, sondern dass er im Prinzip bei uns ist, dass er die Brücke nicht verliert, dass wir ihn zum Lachen bringen können, er uns zum Lachen bringen kann und dass er weiß, was passiert hier und auch jederzeit wieder hineinkommen könnte in die Gruppe. Das wird aber vermutlich noch eine Weile dauern. Seine Schulsachen hat Felix im Krankenhaus dabei. Und so hat er neben Lesen, Malen und Musik hören wenigstens noch ein bisschen Abwechslung und kommt nicht ganz aus der Übung. Papa Markus freut sich für seinen Großen. Zum einen, dass er mal wieder seine Schulkameraden zieht. Er vermisst sie sehr, also das hat er uns schon ein paar Mal gesagt. Zum anderen, wenn man sein Kind grinsen sieht, lachen sieht, ist das eine tolle Geschichte. Wir denken immer wieder, dass es dann aufwärts geht. Das virtuelle Klassenzimmer ist das Ergebnis einer Diplomarbeit an der Hochschule Heilbronn. Darin wurden das Konzept entwickelt, die technische Ausstattung festgelegt und die Fäden zwischen allen Beteiligten geknüpft. Medizinisch hat Oberarzt Holger Hauch keine Bedenken. Er sieht kein Risiko für den kleinen Patienten, auch wenn das noch gar nicht erforscht ist. Was wir aber zunehmend wissen, zumindest bei Erwachsenen, dass bestimmte Heilungsprozesse, gerade was das Immunsystem betrifft, positiv beeinflusst werden können, wenn man sich freut, wenn man gute Laune hat. Das ist eben der Punkt, um den es uns geht, dass wir die Lebensqualität der Kinder deutlich erhöhen können. Das macht das Ganze für die einfach auch ein Stück weit erträglicher. Ich bin davon bisher ganz begeistert. Und nicht nur er. Künftig wird Felix also jeden Tag mitten in seiner Klasse sein können. Künftig wird das Ganze in seiner Klasse sein können.